Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Okay. Noch ein bisschen mehr. Offen! Gasmasken auf! Ullmann, überprüfen Sie den Teich! Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Alles frei, gehen wir. Was tun wir jetzt? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Dinosaurier müssen gehen. Dinosaurier müssen. Dinosaurier müssen. Dinosaurier werden rund! Dinosaurier Kommt hierher! Vorsicht Männer! Vorscheiße! Feuer frei! Vorsicht! Kommt hierher! Diese Tür führt nach D6! Sind wir da? Sieht ganz so aus! Sieht ganz so aus! Scheiße! Abgeschlossen! Ich bin nicht überrascht! Irgendwo muss eine Steuereinheit sein! Artyom! Schau dir mal diesen Raum an! Bist du in Ordnung, Artyom! Gut, wir versuchen zu dir zu kommen! Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang! Viel Glück! Schau! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 dabei. Alles klar. Es gibt keinen anderen Weg. Nächster Halt, der 6. Untertitelung des ZDF für funk, 2017